Ja, hallo und willkommen zurück. Ähm, ich bin mal in mich gegangen und weiß jetzt, wie es weitergeht. Es ist ein bisschen nicht so ganz offensichtlich, deswegen musste ich da ein bisschen Recherche treiben. Ich bin raus. Ich versuche nicht, die Store zu verhören, während ich weg bin. Good luck! Ich hoffe, das werdet ihr mir verzeihen. Ähm, wir müssen nämlich nochmal zum Dixieland Drugstore. Und hier gibt es nämlich eine Gesprächsoption, die wir noch nicht abgesprochen haben. So, und das sind die Tiermasken. Wissen Sie nichts über Tiermasken? Wie die, die in den Voodoo-Rittros machen, die für die Touristen? Right. I used to sell a few. As souvenirs. The only one left is Willie Junior over there. The old crocodile. Oh, he's sort of a mascot now, here. So, jetzt haben wir nämlich Willie Junior hier. Also das Krokodil da in der Ecke. About Willie Junior. Would you be willing to let him go? Hmm, maybe. For a hundred dollars. A hundred bucks? You gotta be kidding. Me and Willie Junior are very close now. I could talk with him for less. So, man hat's schon gehört. Ähm, das hat etwas ausgelöst. Jetzt wissen wir, dass wir hundert Dollar brauchen, um, äh, diese, äh, Tiermaske zu erhalten. So, und erst wenn man das weiß, es ist ein bisschen perfide, erst wenn man das weiß, wird jetzt hier was passieren. So, und wenn das jetzt hier gleich weitergeht, verlasse ich den... Wenn hier gleich etwas passiert, dann verlasse ich den Modus der Komplettlösung. Und dann spielen wir nochmal weiter, wenn hier was passiert. Ja. Hey, Kids. Bruno. How nice. Gee, a customer. Of yours? Hardly. How's the flower business? Well, better than the used book business I see. Rare books. That explains why I so rarely see anyone in here. Are you going to sell me that wonderful painting of yours today? Ähm, wie viel würden Sie mir da vergeben? How much would you give me for it, Bruno? Gabriel, don't you dare sell your father's painting. Ja, also, Grace hält sich da jetzt mal raus. Stay out of this, Grace. Genau. Oh, you're serious. You'll let me have it? Yeah, I'll let you have it, alright. How much for the painting? Hmm, well, I could give you a hundred. That's all I can let go at the moment, you know. My fares are so tied up. Gabriel, a hundred dollars for your father's painting? Grace, let me deal with this. Go to skirt, Eva. Fine, it's yours. Gabriel! Here, here's the hundred. You better take good care of this, Bruno. This is not just another of your hip art pieces, you know. Really? Well, I fully intend to make the most of its display, though not for your sake, I'm sure. At least in my shop, there'll be a chance of someone actually seeing it. I can't believe I actually got it. Just wait until I show Sid. I don't believe you. It's just a painting, Grace. There are things I have to do. I've got some things I need to do. Don't hurry back on my account. So, also, das hätte man auch selbst lösen können. Dann hätte man halt nochmal überall langfahren müssen, nochmal alle Gespräche abklappern müssen. Ah. Ui. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Es ist länger her. Ich erinnere mich aber noch dran, dass an Tag 3, wir sind ja in Tag 3, da hatte ich auch einen längeren Hänger. Und, äh, ich vermute, es war wahrscheinlich sogar der gleiche Hänger. So, ähm, wo sind denn die? Ah, da. 100 Dollar Schein? I have $100. You still want to sell that Crocodile mask? That's $100. Sure enough, the mask, it's yours, sir. Here you go. Carefully don't bite you now. Yeah, thanks. Don't you go forgetting your Lagniappe? A free bottle of Master Gambling Oil. The sign said I could get Lady Luck Oil instead. Well, I wasn't thinking a man as young as you would be needing that kind of remedy. But if you having problems with your... Oh, that's all right. Believe me, I don't need it. I'll just stick with this. Thanks, anyway. Heh, 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 heh. Of course, it ain't none of my business if you do need it. I don't need it. Of course you don't. Der gute Gabriel wurde jetzt ein bisschen über den Tisch gezogen, ne? Ähm, und hat das bekommen, was er gar nicht wollte. Nämlich, wo ist es das? The small bottle is labeled Master Gambling Oil. Genau. So, und jetzt fällt mir was ein. Da gab es doch diesen einen Schachspieler, der nie gewonnen hat, aber an Voodoo geglaubt hat. Wo war das nochmal? In diesem, in dieser Bar. Das ist... Hier. Das ist die einzige Person, die da, glaube ich, ähm, ein berechtigtes Interesse dran hat. Dem gebe ich das jetzt einfach mal. Ja, das klingt richtig. I don't have a game. That's my problem. Don't you touch those chess pieces while I'm gone, you bastard. I ain't never needed a cheat yet, you loser. Thought you might be interested in this gambling oil. Let me see that. Master Gambling Oil. What's it for? Das ist ein mächtiges Voodoo-Öl. Ja, klar. This is a powerful Voodoo-Oil. Ah, go on. Really? Haben sie sich nie gewundert, warum... Ja, genau. Das machen wir das mal. Don't you ever wonder why Marcus wins every time? Marcus? Using Voodoo? That old bastard. Pitiful, isn't it? Uh, let me see that bottle. Oh, this looks authentic. Oh, it is. If I could really beat that bastard. Stonewall, give me a Pimm's cup, would you? Coming up, Sam. How much you think I'd have put in here? Careful. You don't want to overdo it. Too much luck can be dangerous. Ha! There's no such thing as too much. Now stand back. Come on, already. I'm ready to checkmate. We'll see about that, Mr. Smuddy Big Mouth. Checkmate. Checkmate, you bastard. Son of a bitch. 20 years I've been waiting to say that. Checkmate, checkmate, checkmate. You are the biggest butthead Sam in Singleton that I ever met. Checkmate. You. 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 Aaron, just put this chessboard where the sun don't shine. Hallelujah. I did it. Yippee. Nice game. Nice game. Hell, I was brilliant. Of course, I gotta give some of the credit to that oil of yours. I've been losing to that guy for 20 years. If you ever need a favor, you come to Sam. You hear? Will do. Sehr schön. Der Gegenspieler war aber ein schlechter Verlierer. Er hat seit 20 Jahren nur gewonnen, dann einmal verloren und durchdrehen und abhauen. So, die Frage ist, was können wir denn hier als Gegenleistung... Can I ask you some questions now? Luke, I'd be glad to help you out, but I've been stuck in this bar too long to know much about anything. Okay. Reden wir mal so. So, how do you feel now? Wouldn't be better. So, how do you feel now? Tja, wobei könnte der uns bisschen schlicht sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Oder, ah, Mensch mal. War der nicht... War der nicht irgendwie Goldschmied oder so? Hat der Barkeeper das nicht erzählt? Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Können Sie was mit dem tun? Was ist das? Ein Klee-Mold? Hm. Well, I am a jeweler, you know. Sehr gut. And I owe you one. Would you like me to cast this for you? Hm. If you can. You got it, pal. Actually, it'll be a pleasure to get my tools out. First time in years. I've been too busy playing that goddamn game. I'll have the bracelet tomorrow. Meet me here. Great. Thanks. Das ist ja wunderbar. Gut. Sehr, sehr gut. It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Oh, excuse me, I'm afraid of St. George's is closed for the day. I'm not a customer. I'm here to see the owner. Why don't you just leave your name and number with me, and I'll tell him you stopped by. Listen, if Gabriel is here, he'll want to see me. Is he here? Really couldn't say for certain, but in the morning... Gracie, say goodnight. Ugh. You came. I didn't think you would. I didn't think I would, either. Your eyes. Hm. Oh, I could show you around a little. It's not much, but... Please, don't. I couldn't focus on much of anything right now. Yeah, I know. God, what is it about you? Just shut up and kiss me. Yeah, yeah. Eine Nacht ohne Albtraum scheint das gewesen zu sein. Yeah, yeah. Vierter Tag. Ich sprach zudem, der roch nach Tod und lieh mir seine Ohren, und Kreuz sah ich eingebrannt in Schleier voller Tränen. Ich tröne die Ohren. Ich habe nichts zu sagen. Ja, ich habe etwas gefunden. Ich habe den Mikrofisch an den Publikum. Ich habe einen Artikel über ein Mörder in 1810 gefunden. Die Bibliothek hat einen Teil von einem Mörder gefunden. Es sieht ganz nah aus. Du bist unglaublich. All diese Arbeit. Geh es dir. Geh es dir weg. Er hat nicht einen Inch gedreht, seitdem er aufgestellt hat. Gabriel sieht den Mann, den Markt zu sehen. Verpiss dich! Geh es dir weg! Die Figur außerhalb reagiert nicht. Sehr ungewöhnlich. Na gut, wir sollten nicht vergessen, erstmal die Zeitung zu lesen. Gäbis desen. Die Bibliothek kam in die Hinterbank. 1993. Gabriel ist erdlich momentan als von den Wodou-Mörder. Er sieht, man schnell, sch dober. Sie haben das Gebäude. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass die Mörder sind durch eine Unterwelt-Kartel-Ware und dass die Krieg ist vorbei. Das ist nicht gut. Das ist schrecklich. Was für die Killen? Und die Voodoo Angler, das ist nicht so, was das. Ich weiß, dass du es in die Welt bist, Gabriel. Aber wenn es vorbei ist, das ist gar nicht ein negativ. Wenn du das so schrecklich bist, warum du es mit deinem Moseley verletzt hast? Du wirst es nicht, Grace. Just, forget es, okay? Gabriel decides zu checken sein Horoskop. Despite his disgust. Death walks close to you today. Resist temptation. Let his eye fall on you too. Peaky. Jetzt wird's langsam ungemütlich. Also wenn in einem Sierra Adventure irgendwo das Wort Tod auftaucht, dann mach ich doch mal direkt Folgendes. Ich speicher. So, okay. Wir haben von Grace ein Buch erhalten. Welches Buch war das? Oder ein Zeitungsartikel war es. Das müsste der hier sein. The newspaper clipping describes a ritualistic murder in Kongos Square. It includes a rough sketch of a pattern found around the body. The sketch is very similar to the reconstructed W. Ja, das haben wir uns doch gedacht. Das Ganze hat also schon mal stattgefunden. Ähm, bevor ich das jetzt vergesse, gehe ich erstmal den Abrei vor. See ya later. See ya. Den der Juwelions erstellen wollte. Sam, mein Mann. Hey there, it's you. I got that bracelet for you. This piece was a real toughie. For some reason, the medal just wasn't setten. I must be out of practice. Well, it looks good to me. Thanks, Sam. No problem. By the way, I'm heading out of town tonight. Yeah, where to? Marcus used to tell me, that if I ever beat him at chess, he'd take me around the royals. The old bastard has enough money stuffed in his mattress to cover the federal deficit. And he hates spending a penny of it. Ha! I'm gonna enjoy watching him squaring through every mile. Sounds like fun. Good luck. Are you kidding? Lucky is my middle name. Hm. Wie war komisch, was mit seiner Stimme los war, oder? So, jetzt haben wir aber hier... Da. Da ist es. Sehr schön. Gut. Als nächstes sollten wir direkt zu Mosley und fragen, was der Quatsch soll. Den Fall schließen? Was soll der Quatsch? So, ich denke und hoffe mal, wir können direkt durch. Das ist natürlich totaler Quatsch, wie wir wissen. Wir haben schon so viele Beweise gesammelt, dass das alles echt sein muss. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Ähm. Wie, ja, Stand der Ermittlung? Ich glaube, wir wissen Bescheid, aber ich höre nochmal nach. What's the status on the Voodoo Murders case? The case? What case? I told you. The Voodoo Murders case is closed. How can you just close it? It's not solved, is it? Oh, it's solved. Turns out the Chicago Mafia was trying to invade local territory. Using Mississippi for drug running now that Florida's so hot. What we had here was a little resistance from local businessmen. Word came in this morning that the Chicago group is giving up and pulling out of New Orleans. But that doesn't bring the killers to justice. Well, the boys upstairs seem to figure it this way. Let the slime kill each other. Better the vermin we know than the Chicago vermin, I guess. The attitude in the department is that we've just been done a huge favor. They're probably right. What about the local cartel? Are you just gonna let them go? At least they're part of us. We'll deal with them over time. Always have. New Orleans is pretty clean that way, you know. Well, that's the illusion, isn't it? Look, I'm not totally in agreement here either. But what can I do? These guys are not about to get caught. I'm disappointed about the book too. Next big murder case I get, I'll call you in and we'll do that one upright, okay? In fact, I could probably dig up some old cases and you could spice them up. No thanks. Yeah, it's not about that. Also, es wirkt tatsächlich so, als würde jemand wollen, dass die Sachen nicht weiter untersucht werden. Das wollen wir jetzt mal festhalten. Ähm, Wiederaufnahme des Falls. Was können wir tun, damit Mosley weiter den Fall bearbeitet? How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So, couldn't you make them interested? With what? I've got seven bodies and still no leads. The voodoo angle's worthless. And besides, these people aren't hurting anybody but out-of-town drug dealers and hitmen. The voodoo stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay. You want me to reopen this case? Prove what you just said. What do you mean? You need to prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. Okay. Nochmal zum Mitschreiben. You need to prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. Rieks. Naja, haben wir da schon irgendwas, was wir eben liefern können? Also wir haben ein Artikel von früher. This is a newspaper clipping about a murder committed in 1810. That murder is an exact match of the voodoo murders, right down to the marks around the bodies. Hmm. This does sound like the same M.O. 1810? 1810. They killed then, they're killing now. Isn't that proof that they're likely to kill again? That they are a threat? Sure, if there is a voodoo cult, they're a threat. Soweit, so gut. Also die Bedrohung haben wir schon mal klar gemacht. Dann das WW. You know those marks you found around the murder victims? This is a reconstruction of the whole pattern. What makes you think this is an accurate reconstruction? Well, I've borrowed the partial patterns from your police file and did my own tracing of the pattern at Lake Pontchartrain. An architectural artist reconstructed it for me from the partials. Really? So this is the whole pattern, huh? Well, that's pretty good work, Knight. But that doesn't prove that this pattern is really connected to voodoo. Muss ich zugeben. Tja, und sonst gehen uns dann auch die Beweise aus. Gut, also. Wir haben auf jeden Fall eine Aufgabe. Wir müssen jetzt weiter Beweise sammeln. Fragt sich nur, oh. Wir müssen jetzt mal weg und auf wiederholen. Vielen Dank. Dann guck mal da.